Gunnar, 20 Jahre alt. Ah, hallo Domja. Erstens, ich bin 22. Okay, mein Thema ist Lernrausch. Und zwar, ich war mal so im Lernrausch, ich habe bis 4 Uhr nachts gelernt. Ach, Lernrausch. Bis 4 Uhr nachts. Ja, bis 4 Uhr nachts. Das ist ja spektakulär. Ja. Ich habe auch schon mal bis 4 Uhr nachts gelernt. Ja gut, also die Sache war die, ich hatte eine wichtige Klausur eben. Und ziemlich dröge, also ich war nicht so interessiert an dem Stoff an sich, aber es war halt so... Also ich wäre jetzt vollkommen erstaunt, wenn du gesagt hättest, ich habe 4 Tage und 4 Nächte hintereinander gelernt. Aber bis 4 Uhr morgens ist ja noch nicht so doll. Ja gut, dann halt Schlafpausen zwischendurch und dann am nächsten Tag eben direkt weiter. Ah ja. Also so natürlich schon. Was war denn das für ein Lernrausch? Was hast du da gelernt? Das war so eine BWL-Klausur. Oh, wie dröge. Ja, habe ich doch gesagt, dröge eben. Ja, und dann eben, ja, ziemlich, sag ich mal so, ziemlich einfach von wegen mathematischen Verfahren ziemlich einfach zu berechnen und so weiter. Aber eben, es kommt auf die Übung an, dass man so die ganzen Beispiele durchgerechnet hat. So, dann habe ich die Sachen gelesen und dachte mir, und weiß nicht, ich war dann gerade halb so richtig drin und dann hatte ich ja noch mal einen Stapel alter Klausuren liegen. Ja, und dann wollte ich eigentlich pennen gehen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, eine kann es noch machen. Und dann, ja, als ich dann irgendwie auf die Uhr guckte und alle Klausuren durch hatte, merkte ich dann, oh, ja, 4 Uhr. Naja, ein habenloser Rausch, würde ich sagen. Ja, gut. Ist denn alles gut über die Bühne gegangen? Ja, das war ziemlich locker. Also, ich bin da reingestiefelt und, ja, kein Thema. Du bist BWLer? Nee. Nee? Das war eine BWL-Klausur. Ich bin nicht BWLer. Was bist du? Oder was hast du? Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Will ich werden. Aha. Auch sehr locker und bunt, ne? Ja, das ist ziemlich gemischt. Informatik BWL eben. Ja, weil es eher mit Augenzählern gemeint. Lieber Gunnar. Ja. Alles Gute mit deinem Studium. Ja, okay. Vielen Glück, Erfolg. Tschüss. So, meine lieben Freunde und Freundinnen. In der Technik war Janis Krause. Morgen ist, fangen wir morgen, morgen ist Mittwoch. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen und dann mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ab 0 Uhr erreichbar unter 0180 5678 111. Ich freue mich auf euch, wünsche euch eine sehr schöne Nacht und sage bye-bye. Bis morgen. Ciao. Ciao.